Gute Leute, das ist ein kleines Fix-Video für Hexer oder insgesamt für den Technic-Launcher, mit dem man diese ganzen geilen Mods spielen kann. Ich weiß nicht, ich glaube ich habe das Problem jetzt gerade nicht, aber normalerweise lag es ja immer ziemlich krass. Ja genau, jetzt fängt es an. Und das ist nur so ein kleines Fix-Video, wie man das fixen kann einfach. Und ich zeige euch das ganz schnell. Ich schließe jetzt Minecraft. Minecraft, okay. Und dann gehe ich. So, also jetzt sind wir hier im Technic-Launcher aus Minecraft draußen. Dann geht ihr hier oben auf das Zahnrädchen, also auf Optionen. Dann geht ihr auf Memory. Dann könnt ihr hier einstellen, wie viel Gigabyte-Ram Minecraft, also mit dem Technic-Launcher, für die ganzen Technic-Launcher-Mods hier, für die alle gilt es, wie viel das benutzen soll. Ich habe jetzt 8 Gigabyte-Ram, ich nehme aber 5, weil den Rest brauche ich noch für andere Programme, die nebenbei laufen und so. Ja, das funktioniert aber nur, wenn ihr die Java 64-Bit-Version habt. Erst dann funktioniert das, weil wenn ihr die nicht habt, dann kriegt ihr das hier erst gar nicht angezeigt. Also dann wählt ihr das aus. Dann drückt ihr Speichern, dann müsst ihr es nochmal schließen. Und dann Minecraft starten. So, jetzt sind wir in Minecraft, dann tun wir einfach starten. Und jetzt müsste es eigentlich weniger laggen, weil es jetzt viel schneller läuft. Warte. So, jetzt lagts. Okay, noch ganz leicht. Oh nein, nicht dieses Buch. Dieses Buch ist böse. Okay, aber es leckt nicht mehr, wie ihr seht. Oder so gut wie nicht. Es leckt das wahrscheinlich auch nur, weil ich aufnehme. Schätze ich einfach mal, weil Fraps irgendwie... Ja, Fraps ist strange. Aber egal. Okay, ich hoffe, euch hat das geholfen. Und ja, hau da rein. Und ja, ich hoffe, euch hat das geholfen. Vielen Dank.